In einem verbotenen Land, das von der Zeit vergessen wurde, bricht am Rande eines großen Kontinents eine überwältigende Macht der schwarzen Magie hervor, die das Leben jedes einzelnen Wesens bestimmt. Niemand kann sich dieser teuflischen Hexe widersetzen oder sie herausfordern, denn alle die, die ihre Befehle nicht erfüllen und den Gehorsam verweigern, werden verflucht und in alle Ewigkeit leiden. Kein Irdischer hat bisher die Kraft besessen, den Planeten, der kurz vor der Vernichtung steht, zu retten, waren die Mächte des Bösen doch zu stark. Eine Reise durch die Albträume der schwarzen Magie. Monster of the Universe. Eine neue Dimension des Horrors. Monster of the Universe.